Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Und wir sind ja hier immer noch in diesem einen Turm. So, oder in diesem versunkenen Haus, sage ich jetzt mal. Bin mir noch nicht ganz sicher, wo ich hin muss. Wir haben auch hier... Ah, okay. Wir mussten hier nur durch, hier raus, den Schlüssel finden. Für was hatten wir jetzt nochmal den Schlüssel für die, äh, für die eine Tür da, die unter Wasser sein sollten. Irgendwo. Aber dafür gehen wir dann einmal noch mal kurz hoch auf Schritt. Nein, Bruce. Ich glaube, ich habe keine Muni mehr gleich. So. Müssen wir einmal kurz alles zwischenlagern. Können wir auch noch das andere Ding hier auch nochmal lernen, was wir jetzt haben. So, das kann alles hier rein. Ähm. Genau, dann. Hier kann das alles noch rein. Was wir hier haben. Erstmal alles zwischenlagern. Panerz müssen wir auch noch hier separat reinpacken. Ach, und dafür haben wir keinen Platz mehr. Warte. Hier haben wir echt keinen Platz mehr dafür. Packen wir das auch erstmal hier hin, genauso wie das. So. Silber-Smooby. Können wir uns gleich mal gönnen. So, die brauchen wir. Also die beiden brauchen wir nicht. Wir haben eine neue Schere. So, die Smoothie sind getränkend lassen wir hier. Seil packen wir auch erstmal hier hin. So, obwohl die können wir erstmal auch noch so zwischenlagern. Irgendwo genauso wie das. Die Schere können wir hier hinpacken. So. Hier muss aber nichts rein. Ach, hier. Werkzeug. Die wird in die andere Kiste. Nämlich hier hin. Nein, das ist nicht das hier wollte ich. So, und dann einmal so sortieren. Also den müssen wir noch lernen. Und wie weit sind die hier jetzt mit... Ah. Okay, ein bisschen Holz holen. Eben, schnell, damit die fertig werden. So, Holz hat man hier. Das wird reichen, ne? Wohl. Das wird reichen. So. Hier einmal noch mal kurz lernen. Was haben wir denn? Hier. Woodridge-Inner-Scheinwerfer. Zuverlässig und mit hervorragender Akkulaufzeit. Okay. Klingt interessant auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wann wir die mal gebraucht hatten. So, das kann auch erstmal hier rein. Aber da wir ja jetzt Bruce hier haben... Warte mal. Können wir... Können wir den da reinpacken? Nein. Können wir den da reinpacken? Auch nicht. Dann packen wir das erst einmal... Äh... Packen wir hier erstmal rein. Einmal... den Anglerfisch und Bruce. So, dann kann der... hierhin... den gönnen wir uns jetzt mal. Und den hier... packen wir den dafür hierhin... Sieben gebackene Kartoffelnagel. Ein Sushi-Rezept müssen wir auch noch eben kurz in die Küche backen. Also in die Kantine. Ist für den Topf. Wir müssen das mal hier ein bisschen anders sortieren. Dass man hier mehr... sehen kann, lesen kann. Und dann suchen wir jetzt mal eben... das eine... das eine Tor. Hierüber können wir uns jetzt mal gönnen. Genauso wie die Kartoffeln. Wo war denn noch mal die Tür? Das Tor? Ja, danke Bruce. Du bist echt hilfreich. Wo ist Bruce? Doch da war das. Bruce! Geh mir nicht auf den Nerv. Ja! Ne, ich glaube hier war es nicht. Alter, was ist mit Bruce gerade los? Nein, komm. So. Irgendwo hier war das. Oder? Das war Bruce! Alter! Digga, Bruce! Wo ist der denn? Wo ist der denn? Ja, komm. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich muss jetzt eben kurz... das hier machen. Und die Kartoffeln wieder hier hin. Ah, Digga! Ich glaube hier war das irgendwo. Das Tor. Die Tür. Wehe, Bruce kommt jetzt noch mal. Okay, hier oben ist nichts. Hier unten ist... das für schon mal. Digga! Geh mal drauf! Ist er tot? Ja. Toll. Ich brauch Luft. Nein. Wo? Luft. Luft. Nein. Ja. Hä? Wofür war ich jetzt? Egal. Einmal kurz abwarten, bis wir dann wieder von Gesundheit her gut aufgebaut sind, würde ich sagen. So, das war irgendwo da unten. So, das war irgendwo da unten. Bitte, Bruce, jetzt übertreib nicht. So, wo hatten wir jetzt das Tor gehabt. Wo hatten wir jetzt das Tor gehabt? Da war das. Und los. So, was habe ich hier jetzt? Den brauche ich nicht. Und los. Und weiter. Okay, gut, der Fisch ist nicht wieder da. Und hier haben wir wirklich ein paar mehr Punkte, wo ich es auch schon wieder habe. Da klingelt wieder Luft. So, gibt es hier noch irgendwie was? Oh, nein, also noch weiter runter. Da war was für Luft. Oh, nein, bitte nicht. Oh, nein, bitte nicht. Oh, nein, bitte nicht. Alter, diese Anglerfüchel. So, wo waren die Luftbläschen? Wo waren die Luftbläschen? Alter, nein. Da. Da waren sie. Äh, schnell. Boah. Das war jetzt sehr knapp. Das heißt, jetzt erstmal kurz abwarten, bis die Gesundheit wieder hoch ist. Äh, schnell. Boah. Kriegt hier schon Panik, wirklich. So. Aber hier unten gab es auch irgendwo Luftbläschen. Da. Da waren welche. Und weiter. So. So. Was haben wir hier? Wir haben wieder. Wir kriegen hier wieder ein bisschen Plastik. Immerhin. Ähm. 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 Da hinten gab es Luft. Muss ich jetzt gegen den da kämpfen? So. Das erstmal weg. So. 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 Ist das der erste Bossgegner? Das war ein Hammerhai, oder? Das ist ein Hammerhai, aber der ist schon verwundet. Genau. So. 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 Ach. Hier kann man auch noch hoch. Luft sammeln. Was haben wir hier? Ok. Da kann man nicht rein. Felsalbe. Die nehmen wir auch jetzt mal sofort. So. Der ist irgendwo da hinten. Aber den kenne ich doch noch aus dem Trailer. Wo ich auch noch eine Endcard zugemacht habe. Die ihr ja immer seht. Das hat irgendwas mit den Säulen zu tun, auf jeden Fall. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ich muss den irgendwie dazu locken, dass der... Da haben wir wieder Heilsalbe. Ich erkunde hier erstmal noch ein bisschen. Bevor wir gegen den kämpfen. Kann sein, dass wir vielleicht hier noch ein bisschen was finden. Da ist nichts. Da ist nichts. Was ist denn das da unten? Ähm... Nein! Ah! Explosives Fass benötigt ist das. Okay. Und der haut da wieder irgendwas kaputt. Okay. Hier hat er ein Loch reingehauen. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. We want peace. So, da haben wir noch eine Heilsalbe. Ein bisschen was habe ich auch noch. Nein! Au! Okay, aber viel Schaden hat er jetzt nicht gegeben. Kommt er jetzt von da? Oder... Oh, wir brauchen Luft. Heilsalbe! So... Den muss ich jetzt irgendwie hier hinlocken. Komm! Und jetzt schnell dahin. Oh, ich wünsche ich könnte schon da schwimmen. Nein? Okay, das wird ein interessanter Kampf. Ist das da explosives Zeug da? Sprengstoff? Ja, okay, so geht's auf. Es reicht schon, wenn ich im offenen Terrain bin. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit dem explosiven Zeug. Obwohl, jetzt ist er... Jetzt ist er wieder da. Explosives Fass. Ja. Nein! Autsch! Okay, aber wenn er uns einmal trifft, ist es nicht so schlimm. Viel Schaden kriegen wir jetzt nicht durch ihn. Wir können schon drei hier irgendwo hinballern. Von den Dingern. Den da hinten muss ich noch irgendwie frei machen. Nein. Okay, daneben. Komm. Ah, der muss mich richtig sehen. Okay. So, und jetzt schnell da... Dahin. Oh, mein Leben. Meine Luft. Okay, kann sein, dass dieses mal eine etwas längere Folge wird. Weil der Kampf... ...wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen ziehen. So, schnell da hoch. Und schnell wieder da hin. Wo ist er? Wo ist der Dude? Yo. Wo ist er denn? Ich mache mir jetzt nicht die Mühe, ihm hinterher zu schwimmen. Da geht es sogar hoch. Äh, erster Mariel. Sauerstoff. Schnell, schnell, schnell. Boah, wir müssten uns jetzt eigentlich ein echt krasses Lungenvolumen hier aufbauen. Wo ist er? Ist er jetzt wirklich da oben? Oder ist er jetzt draußen? Wenn da jetzt ein Kampf ist zwischen diesen beiden Ebenen... Ey, das ist... Jo, der ist hier. Ähm... Nein? Autsch. Hier ist eine Säule. Die darfst du gerne kaputt hauen. Wo ist er hin? Da ist er durchgebrochen. Wo ist er? So, und jetzt keine Luft. Ich brauche Sauerstoff. Wieso habe ich keine Kiemen? Äh, nein. Nein, 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 nein. Okay, daneben. Ah, wieder Heilsalbe. Bitte nicht. Autsch. Schnell. Da ist er wieder. Ah, hier gibt's nur... Ähm... Autsch. Wie ihr es sehen kann, ich habe jetzt aber auch nicht viel hier. Und hier gibt's keine Heilsalbe. Aber wo ist denn der Dude? Da ist er. Autsch. Ich wollte, dass er dagegen schwimmt. Wo ist er jetzt? Da kommt er jetzt raus. Und jetzt schnell wieder da hin. Ganz, ganz schnell. Ja. So, wir haben aber erst mal Hunger. Wir gönnen uns jetzt noch mal ein bisschen sowas in der Richtung. Und dann holen wir uns noch ein Fass. Wir haben ja beide schon hier aufgemacht. Oh, der hat uns schon ein Visier. Okay, hier unten sind wir sicher. Autsch. Autsch. Ah, die sind beide nicht... Okay. Die sind etwas massiv... Ähm... Autsch. So, irgendwo muss ich jetzt gleich wieder kommen. Ach nee. Ja. Einfach mal aufzutragen. Jetzt brauchen wir die Heilseite. Das Ding muss erst mal ein bisschen massiver. Also, die sind ein bisschen massiver. Die müssen wir vielleicht noch ein paar Mal öfter. Und ihn kaputt hauen lassen. Ah, ja. Jetzt. Da ist das Fass. Den holen wir uns jetzt. Packen den da rein. So. Wo kommt er jetzt her? Beziehungsweise, wir gehen jetzt erst mal hier. Atmen. Wir müssen atmen. Jo. Da muss ich jetzt eben auch noch selber kurz was trinken. Und wieder runter. Wo ist der Dude? Da ist der Dude. Autsch. Das wäre jetzt nicht das, wo du gegenhauen solltest. Du solltest hier gegenhauen. Ich glaube, der kommt jetzt nicht von da. Ja. Nice. Jetzt brauchen wir wieder Luft. Alter. Das ist ein Kamm. Das ist ein Kamm. Das wird heute definitiv eine etwas längere Folge. Weil anders werde ich das nicht schaffen. Hier. Oder ich werde ihn im Nachhinein. Achso. Der hat da offen gemacht. Offen gemacht. Okay. Das heißt dann oben wahrscheinlich noch mal ein bisschen stabiler. Auf drei Ebenen. Da oben ist er. Ja, du musst hier gegenhauen. Hier oben. Einmal. Ja. Komm. Okay, der geht raus. Gibt es hier Luft. Da hinten muss Luft geben. Ja. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Leben verlieren. Alter, aber wie dunkel es hier ist. Nein. Autsch. Okay, dann sind wir wenigstens hier. Hier gibt es. Ah, noch eine Heilsalbe. Nice. Von Heilsalbe auch nochmal 20 Maximum. So ein 20er Stack. Der kommt jetzt von da. Komm. Jo, der muss dreimal. Wahrscheinlich. So. Hä? Der ist noch zu nah. Wenn er da hinten ist. Ja, jetzt ist offen. Wo haben wir Sprengstoff? Da unten. Ganz schnell. Okay. Ganz schnell. Autsch. Nein. Wo bin ich? So. Wo ist der Dude? Da kommt er wieder. Ja, so ist besser. Hau da gegen deinen Kopf. Yo. Okay, wir haben den erledigt. Alter, wie viel Fisch wir ins Kriegen. So. Da ist offen. Komm, ich brauche Luft. Boah. Alter, war das ein Kampf. Ich habe jetzt gedacht, das würde länger dauern. Dann wieder doch wohl keine längere Folge. Vielleicht ein paar Minuten mache ich. Ich mache jetzt, weil ihr das schon gesagt habt, eine längere Folge, so, das vermute ich sein. Dann mache ich nur ein paar Minuten länger. Für euch. So. Bauplan Windkraftanlage. Äh, Kranschlüssel. Okay, da haben wir es. Haben wir hier noch einen Hinweis. So, was ist irgendwie in der Richtung? Irgendwas, dergleichen. Bisher noch nicht, aber wir sind schon mal so weit oben, dass wir nicht mehr unter Wasser sind. Haben uns hochgearbeitet, wahrscheinlich. Hier, und dann durch noch Rütherdror, wahrscheinlich müssen wir durch. Und jetzt? Ach, auch die Rohre. Und jetzt haben wir sogar die Auswahl. Links oder rechts. Wir nehmen mal den rechten Weg hier. Okay, wir haben uns beide eh gleich hier hinten geführt. So, hier gibt es ansonsten, glaube ich, nichts. Da nichts, hier nichts. Gut. Ah, und hier geht es auch. Ah, hier sind wir jetzt. Dann müsste da irgendwo Bruce sein, gleich. So, wo ist Bruce? Ja, aber wir haben jetzt aber auch ordentlich Fischfleisch, oder Highfleisch bekommen. Da ist Bruce. Hier haben wir die Ladestation, das Ding. So, erstmal alles einlagern, was wir haben. So, Plastik haben wir hier wieder ein bisschen was, immerhin. So, dann. Hä? Hornhydrophäe. Die schauen wir uns gleich mal an, was das genau ist. 25 Haifleisch haben wir. Jau, Alter. Ist das viel. So, dann können wir das auch erstmal wieder hier einlagern. Wenn wir hier den Rest erstmal auch noch mit reinpacken. Die, die werden wir alle gleich auf den Grill schmeißen. So, für hier haben wir nichts. So. Das will ich mir jetzt ansehen. Was ist denn das? Okay, da müssen wir wahrscheinlich nach oben. Alter, was? Ähm, ja, da packen wir vielleicht erst einmal so dekorativ hier hin, irgendwo. So, in so einer Art, oder? Da war doch gerade was. Das lassen wir mal dekorativ erstmal so. Dann schmeißen wir hier mal den Grill an. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo wir dann den Kran da oben aufmachen. Hier fehlt ja nicht mehr viel. Ist ja nur noch... Wir haben einen Teil eines Scheinwerpers um den Kranschlüssel. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich bin's, euer Max Deus und ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020